Was für ein absolutes Up-Pack-Gefekt das jetzt wird, ja. Also alle gehen raus, willst du? Eine Clemson kommt an, torpediert einfach die gesamte Ladung rein und wir alle tot. Ja, aber gut, wir können ja zurück torpedieren, wenn es im Nacken genug dran ist. Da hat die nämlich ein Problem. Weiche aus, los, weiche aus. Ah, die gibt's Roll-Divis. Ich erinnere mich noch an Dennis und meine Troll-Divis mit Ricky. Ah, nee, da war Schüsse mit dabei, stimmt. Schön, das war noch eine kleine Kriste, wo Sharky noch Kommandant war. Und wir haben den Vorschlag gemacht, wir nehmen fünf Kabarowsk, ein Schlachtschiff. Oder sechs Kabarowsk, ein Schlachtschiff. Wir haben das Kriste gewonnen, die Gegner haben uns alle gelobt, weil die gesagt haben, Alter, was für eine Assi-Divis, das denn? Ja, geil. Der Ende Kurfürst, wir haben zu sechst auf den Kurfürst geschossen, ja. Mit sechs Kabarowsk. Man muss aber auch sagen, wir haben eines angefecht davon gewonnen. Manche haben wir auch eiskalt verloren, wenn der Gegner gut gefokust hat. Fluffy Power. Andorio, vielen lieben Dank für deine Sub mit Prime. Nein, mit Stufe 1 Abo. Im dritten Monat, danke schön. Das wird ja lustig. Links zusammen auf die Puvi-Tar-Gapri-Tango-Säge. Ich muss erst mal gucken, wo die ist. Wenn man so eine Divi fährt, dann muss man sich aufteilen. Nein, natürlich fahren wir. Ja, wir können nach links fahren. Gerne, gerne. Hört nicht auf Scharki. Scharki will immer nur Geld. Und da er erstgeborene ist. Und eure sexy Töchter. Oder Schwestern. Oder Bekannten. Je nachdem, was es ist. Scharki ist ein Luder. Die erstgeborene Tante, ne? Die erstgeborene Tante. Mütter nicht vergessen. Entschuldigung. Das war ein bisschen hart, ja. Ja, ja. Der Scharki. Er hat keine Angst, irgendwo anzuecken. Er ist ein Genießer. Er genießt es anzuecken. So ist es, ja. Das ist es. Das ist es. So. Die längste russische Wurst. Mal schauen. Spannend. Ich habe gnadenlose 9,3 Kilometer Reichweite. Was? Ich habe 11,0? Hast du etwa die Hotnik falsch geskillt, Dennis? Shame. 9,5 Sekunden Reload. 9,2 Sekunden Feuerreichweite. Scheiß drauf. Nahkampf. Ich bin in einem Game, sag Wars of was? Aber hoffentlich nicht im Gegner-Team. Ansonsten, ja. Hashtag Irrenmann. Stream raus und dann wieder rein. Oh, Königsberg. Königsberg. Müssen wir aufpassen. André präsentiert neue Guildhunter-Stories. Und das ist, äh, äh, das ist, äh, das ist, äh, Sharkis Guildhunter-Stories featuring André Prime. Renier Al-Eck-Fuck. What the fuck? Ah, in der Bretagne. Ja, dann sind wir eh auf seine Seite gefahren. Wunderbar. So, jetzt wird's interessant. Gleich wird was aufploppen. Ich bin schon offen. Oh ja, Baby. Gips. Nein, nein, das ist gefährlich. Das ist keine gute Idee. Ne, ich hau ab. T22. Problem sind die Torpedos, die da kommen werden. Also, die sind einfach so frech und fahr in ihren Nebel rein. Ja, aber pass auf. Ja, die... Das nimm ich noch ein Frisbee. Ich gebe mal Gas in der Hoffnung, dass sie mich nicht mehr torpedieren kann. Türme, dreh dich! Ah, das schafft ihr. Ist raus. Oh, muss ich. Ist nicht raus. Hä? Kommt sie nicht raus. Jetzt ist sie raus. Da ist die Bisbee. Oh! Das wird ja lustig. Ich bin in den Torpedos, würde ich. Ich kann. Ich kann. Bisbee. Baka. Die Bisbee hat auch nicht mehr viel. Oh, da ist die Tor von der. Die muss raus. Ja, war Gaming! Also, der... Hab abgedrückt. Hab sie. Sehr gut. Dann von hinten die T. Ja, ich sehe sie. Oh, scheiße. Und dann die Furutaka. Und dann ist gut. Die habe ich. Ist die Salve schon raus? Sehr gut. Dann auf Ape und... Ja! Nein! Ghana hat es nicht überlebt. Nein. Gut verständlich, aber... Gut, Halker. Wie weit hätte ich es mitgenommen, das reicht. Brennt. Dennis, du stehst aber weit hinten. Ja, das stimmt. Lässt hier André in seinen Tod fahren. Die Ape ist ja auch dreckig, ne? Ape ist gut. Das Problem ist, ich habe keinen Schmuck mehr. Aber ich hätte noch einen Torpeda. Die nimmt auf jeden Fall was mit. Ich hoffe, er nimmt was mit. Die nimmt mit. Sehr gut. Dann jetzt zugehen und ab die Post. So. Nein, ich habe nur rausgefallen. Anwinkeln! Das sind die längsten 20 Sekunden meines ganzen Lebens. Dankeschön. Kennst du den Spruch, oder? Nein, 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 nein. Ja. Ich gehe hin auf die König. Ich würde gerne die Königsberg. Die trellieren, aber ich habe keinen Smoke gerade. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das alles ist gut. Trägt Dennis auch immer gesagt, dass die längsten 20 Sekunden sind? Ja, aber die waren gut. Du kannst die 20 Sekunden genauso viel leisten. Taka, taka. Ich meine das natürlich auf eine andere Art und Weise. Oh, ist das schön. Boah, das war intensiv. Nicht gut gemacht, aber intensiv. Jetzt werden die Königsberg bestimmt eintreichen. Warte, dann werde ich mir jetzt diese Insel hier suchen. Holy fuck. Jawohl, bin gleich raus. Die Kongol macht die einfach mal nur weg. Warte, nein. Ja, Dennis, machst du einen Torpedo-Run? Nein, Mann. Nicht in der Drehung abwerfen. Denk an den Bug. Ach nein, die Insel ist ein Ticken zu hoch. Raus, oder? Ent raus, Geh, ja. Boah, Alter, war der mit. Ich bin schockiert, das klappt mit den Replays. Danke, André. Danke schon, wenn wir euch eine sexuelle Handlung an- und mit dir vollführen. Aber ich bin von gestern noch so krank. Ich muss erst regenerieren. Ja, seht ihr, das ist der Fluch meines Lebens. Nie bietet mir jemand etwas ein, was ich auch wirklich möchte. Das ist... Ja, ich weiß auch nicht. Aber gern geschehen, Perkele. Der Kahn, der ist so lang. Oh, Sarela. Der fährt ne Mutsugi zu uns ins Cap anscheinend. Ich fahr da mal hin. Weil die Minokasa von uns fährt auch da ganz gegner Cap, oder? Ich werde mich der Kongo annehmen, die hier in die Mitte kam. Vielleicht mache ich noch die 40k, bevor ich Schaden nehme an falscher Strömung. Man weiß es nicht. Fluffy Power. Das ist ein größe, Perkele. Perkele, vielen lieben Dank für ein Stufe eins. Aber von dem elften Monat noch eins, dann ist es ein Jahr. Dann geht's wieder, oder? Vielen Dank. Es freut mich, wenn du dich auch nach einem Jahr noch gut unterhalten fühlst. Und also wohl, wir würden Vorschiff spielen. Das ist natürlich, ne, das ist schon Fluffy Power. Dankeschön für 500 Bits auch noch. Gute Frage, er will die Kongo tragen. Es haut einfach raus. Dankeschön, vielen lieben Dank. Das sind 5 Euro. Dankeschön. Danke, danke. So. Hört auf hier. Nein, 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 nein. Ja, hat nur zwei Tops ready, oder was? Schieß sie raus. Kongo. Nein, 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 nein. Ach, so ein Schuh. Der ist raus. Wo es denn hier immer zugeht? Die war doch hier irgendwo. Oh, die fährt hier hoch. Ach, du Scheiße. Okay. Wir haben nur 24.000. Dennis, wie viel hast du gemacht? Wir brauchen einen Lichtblick in diesem Fall. 39. Ja, aber mit 9,3 Kilometer kann man früher nicht mehr. Ich ziere mich doch nicht. Es ist nur unangenehm. Aber ich ziere mich doch nicht. Volle Taschen, du weisst, wie viel. Dankeschön. Zieren. Und wenn du gehen machst, hast du kein Tor von. Ich bin ja kein Baby. Nee. Geht das sich noch aus? Nein, natürlich geht es sich nicht mehr aus. Ich schiesse mal, in der Hoffnung, dass die nicht auf mich schiesst. Komm, gib Brand. Brauch noch ein bisschen was. Ja, ein Brand. Der deinen Arm trägt. So ist es. Jetzt hat sie gelöscht. Komm, gib Brand. Gib, gib jetzt Brand. Los, mach. Gib Doppel Brand als Bestrafung. Wenn das gut, in den kommenden, äh, äh, ja, Brand. In den kommenden Änderungen zu den Kapitänsfertigkeiten werden Brändelassen mehr belohnt. Dann geh ich nochmal auf. Ach, 5, 7. Komm, ich möchte einen Doppel Brand. Gib, ganz genau. Er will auch 50 Kamerchen mit dem Ding. Wenn es nur dumper Schlachtschiffschaden ist. Und wir hier Brand. So, welche Büste ist denn hier im Stein verewigt? Ja. Hat sie deinen Brand schon gelöscht, Dennis? Ja. Gut, dann warte ich. Ich schalte nochmal um extra für dich. Das macht mir jetzt mit ARP geröst. Ja, ich habe auch ARP drin. Aber du kannst ruhig aufhören zu schießen. Nö, nö, nö. Auch nicht. Ich habe Tops noch ID. Nein, nein, nein. Ist alles gut. Sicher ist sicher. Nicht verraten, ne? Ja, ja. Sonst ist der Aufdeckungsreich bei dem Nebel und so. Da musst du aufpassen. Ansonsten. Da, Brand. Alter, was er weiß. Gott, da hat er deinen Zeppich jetzt angerollt. Alter, bringt er nichts mehr. Mr. Krabs, dat Luder. Gut gemacht. Dann 40.000. Und schkett. Wenn meine russische Riesenwurst besser drehen würde hier. Dann die RW, russische Riesenwurst-Division. Oh, Mann. Speedwurst vorwärts. Hebt die Füße hoch. Das Niveau kommt tief. Dann muss man die Füße nicht hochheben. Das geht nicht hoch. Das passt du nicht durch. Das geht unterdurch. Ah, sorry. Ich sage so, Grin, die ist Nivea los. Das ist Nivea los. Die ist zu fetthaltig. Du musst ja aufpassen. Ich muss auf die Toilette jetzt. Es ist voll lauter Lachen. Du drückst mir auf die Blase hier. Ich weiß auch schon, da ich deine passionierte Tomaten vorliegen war, die waren so klein. Lass deine pensionierte Tomaten in Ruhe. Deine Tomaten lasse ich sowieso gehen. Dann habe ich gar kein Lüsch drauf. Ah, da. Oh, viel zu weit vorgehalten. Fluffy Power. Dankeschön. Vielen Dank für 250 Bits. Dankeschön. Siehste, ich habe ganz nonchalant. Dann kann ich mich für unnötig viel Geld locker bedanken. Ah, der bremsst. Vielen lieben Dank für 250 Bits. Das Genierlimit ist für heute erreicht. Und ja, sie hat meinen Doppelbrand gelöscht, das Luder. Ach was, ich spiele nur ein Computerspiel für den Flirt. Dient habe ich mir gar nichts. Das würde ich so oder so machen. Aber vielen lieben Dank, dass ihr unterhalten werdet dadurch. Das ist... Das ist heute unser Britannien-Noradie gestimmt und dreht raus wahrscheinlich. Vielen lieben Dank, dass ihr mich unterhaltet. Das ist, wie gesagt, das ist das Wichtigste. Holla. Gut, dass ihr das Prinzip noch nicht verinnerlicht habt. Henry IV. Ja, ja. Henry IV. Das ist auch ein unnützes Ship-Ding. Hörst du jetzt auf hier? Sehr gut. Ach nein, das falsche Schiff. Dennis muss ja bestraft werden. Hörst du jetzt auf hier, das abzusnacken? Nö. Komm schnell. Bevor Dennis... Nein, 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 nein. Nein! Du hast trotzdem mehr Punkte wie ich. Du hast 36.000. Und ich hab irgendwas um die 50.000. Scherke wünscht sich den Henry IV. Aber 20 Chaos gibt. Du wirst deinen Henry IV. bekommen in einer nicht so dämlichen Skillung wie du ihn fährst. So sieht's aus. Bang. Herr, wer ist das. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020